Hallo zusammen! Ich habe im Leben nichts erreicht. Ich bin gescheitert. Alles hat sich gegen mich versprochen. Meine Vorgesetzten, arrogant und unfähig, ich zwischendrin verloren. Ich habe mich ausgeheult bei meinem Papa. Er sagt auch, mach nicht so einen Scheiss. Selber schuld. Warum arbeite ich immer noch bei der Credit Suisse? Ich frage einen Veganer, ob der Verzicht auf tierische Produkte ihr Wesen verändert hat. Die sagt, ja, ich lebe von Pflanzen und Wasser, spiele Cello und gehe am Sydney ins Bett. Ich bin nicht mehr Rechthaberisch und meine Bosheiten von früher kann man vergessen. Ich frage ich zur Schwiegermutter, wer bei dir unmöglich kann ich weiter Fleisch essen. Ich bin letztes Jahr nach Frankreich in Ferien. Mit allem Drum und Da. Und den Kindern hat es gefallen. Sie haben jeden Tag ein Glacé haben. Das schweigt mein kleiner Papi, das Flugzeug am Himmel oben, sucht das ein Plätzchen. Dann sage ich nein Bub, das ist der Bundeshof Bärsee auf dem Weg zu einem Kätzchen. Ich habe mit Frau und Auto hier auf Altschweil wollen. Sie ist gefahren. Nach zwei Stunden zu suchen, hat sie Altschweil nicht gefunden. Trotz Navi, klar. Bevor ich sie in die Ecke gestellt habe, habe ich zwei Mal gesagt, als ruhender Pol, ausserhalb der Küche fühlst du dich nicht so gut. Ich verstehe, dass das für Diskussionen so ist. Am heissen Sommertag, lauf ich an eine Demo her, haben sich ein paar angeklebt am Boden. Ich bin eigentlich tolerant, aber das einmal hat es mich genervt, diese neue Sau-Node. Einer von den angeklebten schreit, er habe Tost, noch habe ihm die Sau verbracht, wie sich das gehört. aber vorher noch ein Rizino solle, die Wasserflasche. die Wasserflasche. Es laufen ja viele Frauen und Männer herum, die dün sich vorne ein Kind anhängen. Ich habe überlegt, was Frauen und Männer mit angehängten Kindern so denken. Darum habe ich es auch probiert, mit meinem Kleinsten, nach einer halben Stunde abgebrochen. Ich will nicht überboden. Schliesslich ist dieser Junge vor zwei Wochen 16 im Leben. Bei der kaufmännischen Lehre will man das Fach Rechnungswesen streichen. Man kann das lassen. Als Ersatz wird das Fach Smalltalk in Stundenplan genommen. Nachher dann an der Abschlussbrüchungs-Expertenteam mit folgender Frage landen. Wir finden Sie das Wetter. Schön. Wir katholieren Sie am Bestand. Wir katholieren Sie am Bestand. Eine neue Vorschrift gegen Alkohol am Steuer soll es geben, wenn man es dann glauben kann. Soll ich nicht in einer Röhre hauchen, die verbunden ist mit der Zündung, sollen die Starter vom Motorrauben. Wenn ich also rein zu viel zwitschert habe, sage ich dann zu der Begleitung im Kahn dann muss man an einem Blasen, sonst ist nichts mehr abgefahren. Vierer Der Toni zählt gleich seine Moni. Na er sieht daraufs mal die Moni und denkt, nehmt er einen Moni? Aber die Moni Doni seht ihr nicht, Doni. Sie schaut auf den Bildschirm von Soni und seht Berlusconi und Meloni. Aber die Moni und das von Stoni denkt nur an ihre Schatzioni. Das ist der mit der Haarfarbe Peperoni. Und ich, da drauf bei Stoni, kenne keine Moni, keine Doni, keine Berlusconi, keine Meloni. Darum sage jetzt Tschau zusammen und dann Goni. Applaus Applaus Applaus